Na alle zusammen, hier ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in der Warwolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Achievement, das wir finden können unter Erkunden und dann Warwolf Inn und hier haben wir den Erfolg, bemerkenswerte Maschinen. Für diesen müssen wir folgendes machen, lest die folgenden Notizen zu Maschinenflüsterern in den schallenden Tiefen und genau da befinden wir uns jetzt, wir sind einmal in den schallenden Tiefen und hier bei dem ersten Teil und zwar, das ist einmal Notiz zu Maschinenflüsterern, Fragment Nummer 4 ist das und zwar auf den Koordinaten 39, 20. Also wir machen das jetzt hier nicht nach der Reihenfolge, aber wir schauen, dass wir die nächsten jeweils abklappern. Gut, wo haben wir das Ding? Das ist hier relativ weit oben, seht ihr auf diesem Gestell drauf, auf der vorletzten Reihe quasi und das klicken wir einmal an, haben dann einen längeren Text und sobald wir es angeklickt haben, haben wir quasi dann eins abgehakt. Dann sind wir jetzt bei Fragment Nummer 3 und dieses ist hier auf den Koordinaten 51, 14 und zwar auf einem Dach oben. Das klicken wir an und haben dann auch wieder eins weniger. Dann sind wir bei Fragment Nummer 2 und dieses haben wir jetzt hier bei den Koordinaten 48, 25 und zwar auf so einem Felsvorsprung quasi. Man sieht, da unten sind diese Schienen mit den Lohren und oben ist einmal das Fragment drauf. Fragment Nummer 1 haben wir nicht weit davon und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 45, 28 und dort liegt das unterhalb eines Stützpfeilers für die Schienen. Auch bei dem Tunnel, ne, bei Gundagatz. So, wenn wir das angeklickt haben, brauchen wir tatsächlich schon nur noch zwei. Als nächstes sind wir dann bei Fragment Nummer 5 und das haben wir jetzt hier auf den Koordinaten 63, 58 und ja, das ist quasi hier oberhalb von diesem Eingang. Klicken wir es mal an, ich fliege ein bisschen raus. Also hier ist der Eingang quasi in diese abgedrennte Sektion und dann hier oben auf diesem Torbogen. Und dann sind wir am letzten Spot und dort haben wir einmal das Fragment Nummer 6 und ja, wir sind hier ganz weit unten auf den Koordinaten 65, 79 und diesmal liegt es ganz platt einfach auf dem Boden rum. Das klicken wir an und tada, dann haben wir alle Fragmente einmal eingetötet und haben auch das jetzt schief mit. Damit bleibt mir nichts mehr weiter zu sagen. Ich verabschiede mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.